Musik 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 Ich mach das eh noch mal für Freien rein, ich steig' an der Kasse und 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 steig' an der Kasse, dass er nicht so was rauskommt. Ich hab' es so gefallen, weil ich guck' mir überhaupt nicht witzig konnte, dass meine Mama hier den Blas hat. Ich wusste ja, dass sie das was rauskommt. Und dann, wie du siehst, die Gäste, was dann lief, wie das die Wunderland kippt war, die Gäste wieder zurückkeulen und... Und das war schon... Und die Mama hat doch schon geschafft, ob sie den eigenen Hund vom Namen zieht. Weil der nicht gelaunt hat, oder ist sie gegangen und sie hat noch einen Freundin vorher getroffen, mit Kasse und Trinken. Und dann ist sie vorbeinkaufen gekommen und ist wieder gegangen. Und dann hast du die noch mehr getroffen, mit der Kasse und Trinken.